Wie ist das Gleichungssystem? Wir haben also a plus c ist gleich 2, minus 2a plus b plus d ist gleich 0 und so weiter und so weiter und um vernünftig rechnen zu können, das Wichtige bei einem solchen linearen Gleichungssystem sind ja nicht wie die Variablen heißen, sondern nur die Koeffizienten, die vor den Variablen stehen. Also haben wir hier auf der linken Seite das Gleichungssystem und wir haben das auf der rechten Seite als erweiterte Koeffizientenmatrix aufgeschrieben. Und die Idee beim Gausschen Eliminationsverfahren ist, ich versuche diese Matrix, die ich dort habe, in eine Treppenform zu überführen. Das werden wir erstmal sehen, wie sowas funktioniert. Also der erste Schritt im Gausschen Eliminationsverfahren ist üblicherweise, dass man von links oben nach rechts unten arbeitet. Und dann werden wir gleich sehen, wo die Treppenstufen herkommen. Also was man möchte ist, man möchte gerne hier oben in dem oberen linken Eintrag, wenn möglich, eine 1 haben. Die ist jetzt nun schon da, das heißt, da brauchen wir nichts weiter zu tun. Also wir brauchen keine Zeilen tauschen oder irgendwas addieren oder subtrahieren. Hier haben wir also die 1 oben schon. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt unter dieser 1, die wir hier oben haben, jeweils Nullen produzieren in der Spalte unterhalb der 1. Das heißt, was wir hier machen, wir führen jetzt folgende Operationen durch. Also wir formen diese Matrix um mit den Umformungen für Matrizen, die nur Zeilen berücksichtigen. Als das erste schreiben wir mal die erste Zeile ganz genauso ab. Die wird nicht verändert. Dieser Strich hier hinten, der hat keine größere Bedeutung. Der soll uns nur daran erinnern, dass die letzte Spalte in der Matrix ursprünglich von den Lösungen herkommt, des linearen Gleichungssystems und nicht zu weiteren Variablen gehört. So, also die erste Zeile schreiben wir ab. Und jetzt haben wir folgende Umformungen gemacht. Wir addieren zu der zweiten Zeile, addieren wir jetzt zweimal die erste Zeile dazu. Das führt dazu, dass genau, wenn ich zweimal die 1 rechne, plus minus 2, kriege ich hier genau die 0, die wir uns gewünscht hatten. Und genau, jetzt mache ich einfach mit den restlichen Einträgen in der Zeile genau dasselbe. Also 1 plus 2 mal 0 ist 1, 0 plus 2 mal 1 ist 2, 1 plus 2 mal 0 ist immer noch 1 und hier im letzten Eintrag kriege ich dann eine 4. So, jetzt machen wir gleich mehrere Schritte auf einmal. Ich möchte auch in der ersten Spalte dritte Zeile, also hier die 2, die soll auch weg. Das heißt, ich möchte zu der dritten Zeile minus 2 mal die erste Zeile addieren. Dann kriege ich hier genau eine 0. So, die minus 2 bleibt wieder stehen, weil minus 2 mal 0 gibt 0. Brauche ich also nichts dazu addieren. Der dritte Eintrag ist eine minus 1 und der vierte Eintrag bleibt bei 0. So, und hier in der letzten Zeile kriege ich dann eine minus 1. So, und jetzt schauen wir uns die letzte Zeile an. Da hatten wir praktischerweise schon eine 0, das heißt, da mache ich jetzt nichts. Okay. Und das heißt, ich kann die letzte Zeile einfach abschreiben. So, bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich auf folgendes hinweisen. Der Punkt ist, hier haben wir jetzt schon das erste, was wir sozusagen als eine Treppenstufe in diesem graussischen Verfahren identifizieren wollen. Also wir haben oben die 1 stehen und darunter nur 0. Das ist sozusagen der erste Teil der Treppenstufe. Jetzt wollen wir so weitermachen. Wir hätten jetzt gerne, also der linke obere Eintrag, der ist schon zu einer 1 geworden, darunter eine 0. Jetzt wollen wir mit dem nächsten Eintrag hier weitermachen. Also wir hätten gerne, dass dieser Eintrag, wenn möglich, eine 1 wird. Ja, der ist jetzt praktischerweise auch schon eine. Und dann wollen wir natürlich, um wieder eine Treppenstufe zu haben, hätten wir gerne, dass die Einträge unterhalb dieser 1 wieder verschwinden. Okay, das können wir wieder bewerkstelligen, indem wir einfach zu der dritten Zeile können wir zweimal die zweite Zeile addieren. Ja, das Wichtige bei dem Verfahren ist jetzt, wir lassen jetzt die erste Zeile in Ruhe. Mit der passiert jetzt erstmal gar nichts mehr. Ja, die bleibt also in Ruhe, weil sobald wir irgendwie ein Vielfaches der ersten Zeile zu einer der anderen Zeilen addieren würden, würden wir hier die Nullen, die wir in der ersten Spalte haben, wieder kaputt machen. Das wollen wir gerade nicht. Ja, okay, also ich kann die ersten beiden Zeilen jetzt genauso wieder abschreiben. Und jetzt habe ich durch die Operation dritte Zeile plus zweimal zweite Zeile, habe ich hier gerade die minus 2 gelöscht. Jetzt müssen wir natürlich die anderen Koeffizienten auch noch anpassen. 2 mal 2 plus minus 1 gibt 3. Und 2 mal 1 plus 0 gibt 2. So, und letztes Mal haben wir jetzt hier noch 2 mal 4 gibt 8 plus minus 1 gibt 7. Also hier haben wir die 7 stehen. So, und jetzt wollen wir natürlich noch die vierte Zeile anpassen. Also wir haben vierte Zeile plus minus 2 mal zweite Zeile. Gut, das gibt hier unten wieder die 0, genauso das, was wir haben wollen. Hier haben wir dann eine minus 4 stehen, hier eine minus 1 und eine minus 6. Das ist das, was wir hier bekommen. So, jetzt gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, wie man fortfahren kann. Also wir sehen zunächst erst einmal, ich bin jetzt weiter fortgeschritten. Ich habe hier mehr Treppenstufen. Jetzt wollen wir gerne so weiter fortführen und wollen hier gerne auch eine 1 haben, dann eine 0 unterhalb von der 1 und so weiter, bis wir die Treppe vollständig haben. So, denn das geht. Bei diesem Beispiel geht es jetzt gerade. Da, man versucht immer so weit wie möglich Brüche zu vermeiden. Ja, der Grund dafür ist, dass mit Brüchen man schlecht rechnen kann. Wenn ich jetzt hier ganz strikt mich an das Gaussche Verfahren halten würde, ohne weiter nachzudenken, würde ich jetzt alles durch drei teilen, hätte ich dann zwei Drittel, sieben Drittel und so weiter. Die Brüche, mit denen kann man üblicherweise eher schlecht weiter rechnen. Das heißt, wir versuchen das zu vermeiden und rechnen deswegen leicht anders weiter, als das, was wir vorher gemacht haben. Wir tauschen jetzt die dritte und die vierte Zeile. Wie gesagt, die ersten beiden Zeilen, die können so bleiben, die schreiben wir einfach nur ab. Genauso wie hier vorne die Treppenstufen mit der 0. Die bleiben auch so. Und dann teilen wir die neue Dritte durch minus 4. Das sorgt jetzt dafür, wenn wir die alte anschauen, wenn wir durch minus 4 teilen, kriegen wir hier gerade eine 1. Dann hierhin kriegen wir jetzt auch einen Bruch, aber der ist vielleicht nicht so schlimm wie Drittel, dann kriegen wir ein Viertel. Und wenn wir die minus 6 durch minus 4 teilen, also diesen Koeffizienten, der jetzt ja hier nun steht, wenn wir da durch minus 4 teilen, kriegen wir gerade drei Halbe heraus. So, und die Brüche sind vielleicht etwas gefälliger, als wenn wir mit Dritteln arbeiten müssen. Hier schreiben wir jetzt einfach nur das rein, was vorher unsere dritte Zeile war. Jetzt wollen wir natürlich weiter die Treppenstufen bekommen. Das heißt, wir schreiben wieder 1, also die ersten Zeilen ab. So, und jetzt addieren wir zu der vierten Zeile minus 3 mal die dritte Zeile. Das gibt uns hier wieder unsere 0. Und dann kriegen wir hier 5 Viertel. Und hier hinten bekommen wir dann, wenn wir 3 mal 3 Halbe, gibt 9 Halbe, 7 minus 9 Halbe. Da kommen wir gerade bei 5 Halbe heraus. Okay. So, jetzt sind wir im Prinzip schon fertig mit unserer Treppengestalt. Also wir sehen, wir haben hier die Treppenstufen. Wir haben den letzten Koeffizienten hier unten, also den haben wir noch nicht auf 1 normiert. Also anhand dieser Treppengestalt können wir jetzt schon sagen, wie die Lösungsmenge dieses linearen Gleichungssystems aussieht. Wir haben keinerlei Nullzeilen. Wir haben hier eine schöne Treppengestalt, wo wir auf der linken Seite jeweils Koeffizienten haben, wo in jeder Zeile die Koeffizienten ungleich 0 sind. Das bedeutet schon, wir wissen, dass es eine eindeutige Lösung dieses linearen Gleichungssystems gibt. Die können wir jetzt noch ausrechnen. Man sieht, wir haben jetzt in dem ersten Schritt von dem Gauss-Verfahren haben wir von links oben, also dem oberen linken Eintrag, nach rechts unten gearbeitet und uns diese Treppe erarbeitet. Jetzt, wie kommt man am einfachsten an die Lösungen dran? Also wir normieren noch die letzte Zeile. Das heißt, die ersten, wenn denen machen wir nichts, die ersten drei, da können wir also einfach wieder abschreiben, alles, was wir dort haben. Jetzt also ein Viertel, dreihalbe, 0, 0. Jetzt teilen wir die vierte Zeile noch durch fünf Viertel und kriegen dann damit diese Matrix, die wir jetzt in dieser Treppenstufenform haben, wo in den einzelnen Treppenstufen jeweils eine 1 steht. Und dann können wir schon aus der letzten Zeile rauslesen, dass D muss 2 sein. Aus der vorletzten Zeile, wenn wir wissen, dass das D gleich 2 ist, da steht dann ja C plus ein Viertel D, D ist gleich 2, das wissen wir aus der letzten Zeile, ist gleich dreihalbe. Das heißt, wenn wir jetzt von rechts unten die Stufen jeweils wieder hochklettern, finden wir nacheinander heraus, was unsere Variablen sind. Etwas systematischer kann man das machen, indem man jetzt die zweite Stufe vom Graus-Verfahren verwendet. Das heißt, ich möchte gerne oberhalb von der letzten 1, also in der letzten Spalte, möchte ich alle Koeffizienten zu 0 machen. Das heißt, jetzt arbeiten wir von rechts unten nach links oben. Also im ersten Schritt haben wir genau umgekehrt gearbeitet, von links oben nach rechts unten, haben die Treppe erschaffen. Jetzt machen wir das Spielchen umgekehrt, jetzt fangen wir rechts unten an und ziehen sozusagen sukzessive dann die unteren Zeilen von den oberen ab, um hier oben drüber auch Nullen zu bekommen. Wenn ich da eine 0 haben möchte, dann muss ich von der dritten Zeile ein Viertel mal die vierte abziehen. Und dann kriegen wir da gerade eine 0 heraus. Da habe ich also 3 halbe minus ein Viertel mal 2. Das ist also 1, was da herauskommt. So, diese 2, also wir arbeiten jetzt gerade nur in den letzten beiden Spalten. Ich muss, wenn ich hier diese 1, die wir dort stehen haben, auch eliminieren möchte, muss ich von der zweiten Zeile einmal die vierte Zeile abziehen. Das heißt, hier kommen wir dann gerade bei einer 0 raus. Hier kriegen wir eine 2. 0, 2 schreiben wir weiter ab. So, jetzt habe ich hier den ersten Schritt, von dem wir arbeiten von rechts unten nach links oben, wieder abgearbeitet. Da habe ich hier Nullen in der letzten Spalte. Jetzt wollen wir noch in dem letzten Schritt hier die Koeffizienten über der zweiten 1 von rechts unten aus gesehen loswerden. Also wir wollen in der vorletzten Spalte jetzt auch alles über der Stufe zu einer 0 machen. So, okay. Das geht wieder genauso, wie wir das haben. Praktischerweise, wir können schon mal jede Menge Sachen abschreiben, die sich nicht ändern werden. Also wir können zum Beispiel schon mal hier die gesamte Treppe, die wir so haben, abschreiben. Hier auch die letzte Spalte. Das können wir abschreiben. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Und jetzt müssen wir von der, wenn wir diese 2 hier oben loswerden wollen, müssen wir von der zweiten Spalte zweimal die dritte abziehen. Da kommt hier also eine 0 heraus. Hier haben wir eine 0. Und wenn ich hier oben die letzte 1 noch loswerden möchte, dann muss ich also von der ersten Zeile einmal die dritte abziehen. Dann kommen wir hier bei einer 0 heraus, hier bei einer 1. So, jetzt sind wir mit dem Gauss-Verfahren fertig. Der Vorteil, wenn man das weiter systematisch gemacht hat, ist jetzt, dass ich keine weiteren Gleichungen durch Einsätzen lösen muss. Jetzt kann ich an der Matrix genau ablesen, was die Lösungen von meinem linearen Gleichungssystem. Die erste Zeile, da steht gerade jetzt A muss gleich 1 sein. Die zweite Zeile, da steht B muss gleich 0 sein. Die dritte Zeile sagt C muss 1 sein. Und schlussendlich die vierte Zeile sagt D muss 2 sein. So findet man mit dem Gauss-Verfahren die Lösung für ein lineares Gleichungssystem. Die dritte Zeile